Rot steht für Liebe, Violette für wilde Zeiten und Pol für Scheisse. Du wolltest ums Verrecken zugreifen. So, jetzt kommen wir da mal nach. Das kann doch mal passieren. Nein, mir passiert das nicht. Und weisst du, wieso? Mann, was fragst du mich denn? Du bist doch der Supercup. Du, Buzi. Lass uns schnell etwas besprechen. Wir machen dann gleich weiter. Hör mal, Strau. Ich habe dir doch unmöglich ein halbes Kilo Heroin gegeben. Das ist der Schuppise, Beat, von Seepolizei. Er dachte, wenn er dich überlebt, überlebt er auch den Job. Du bist nicht ganz bache. Hey! 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 Hey, Mann! Hey, Mann! Hey! Hey! Vielen Dank.